servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem kleinen gearing tipp für alle unter euch vor allem halt für die dds mit die intelligenz benötigen also eigentlich die caster es geht um ein super super starkes trinket welches nicht im raid roppt welches nicht über mittels plus zu holen ist sondern tatsächlich über delfts und welches so brutal gut ist dass es sogar im race to world first bei beispielsweise kevesa zum einsatz kam welches trinket es ist seht ihr hier warum es so stark ist das gucken wir uns an warum es vorher keiner auf dem schirm hatte auch das gucken wir uns an und alles was ihr wissen müsst erfahrt ihr in diesem video wenn ihr mich unterstützen wollt danke für die 27k ich würde sagen wir machen weiter nächstes jahr holen wir uns die 30.000 deswegen gerne den kanal abonnieren das trinket hört auf den namen candle confident und können auch auf deutsch kerzenvertrauter eure zauber haben eine chance die kerze zum leben zu erwecken beschwört einen wechselnden verbündeten der euren gegnern einheizt wieso weshalb warum war dieses trinket vorher nirgends auf dem schirm weil es sehr sehr schwierig war das teil zu simmen es beschwört verschiedene companions die unterschiedlichen schaden machen und das war wohl sehr sehr schwierig in simulationen unterzukriegen ihr bekommt die dinger beispielsweise über die verschiedenen weekly chests die es so gibt also für quests oder für das erwecken der maschine und so weiter könnt aber auch das ding über delfts farmen und deswegen ist das trinket darüber ziemlich gut heißt man könnte es in einem delft auf item level 603 bekommen und dann bis 619 aufwerten und wie gut dieses trinket ist es ist leider schwierig zu farmen weil weiß nicht im m plus weißt du okay ich brauche dieses trinket dann farbt man immer einen dungeon ab ne das macht es halbwegs einfacher zu sagen jo du musst hoffen dass es mit gut glück in delfts droppt das ist halt schon ein bisschen schwieriger aber gut was willst du letzten endes machen es gibt keine andere möglichkeit aber um es mal zu schauen wie gut dieses ding hier ist gucken wir mal auf die seite blatt meldet wer das nicht kennt das ist eine seite die durch simuliert wie stark oder nicht stark einzelne items sein können und hier sind wir jetzt gerade beim demonologie hexenmeister unterwegs der war voreingestellt wir sehen spy masters web raid trinket ist mit abstand das beste gibt bis zu auf maximalen item level 9 prozent mehr schaden oder macht 9 prozent eures schadens aus hier an zweiter stelle kommt direkt der kerzenvertraute das ding blaue farbe ist item 600 dann ist graue 63 66 ist grün und ihr seht es ja anhand den farben nur im normalen delft level auf 603 wäre das trotzdem bis hinten raus das zweitbeste trinket was man haben kann als demo ball lock besser als ein 639er mythic trinket von anzurektrop das hier glaube ich also ihr seht das teil ist unfassbar stark und ja blood mallet hat es geschafft das richtig zu simulieren und dementsprechend kommen da jetzt solche werte aus wenn ihr für eure klasse gucken wollt wie stark das teil ist dann auch hier ganz einfach gucken oben links eure klasse einstellen dann spec und dann könnt ihr suchen nach was ihr simmen wollt und da seht ihr dann auch für die eule spy masters web okay das ist ungeschlagen ist mit abstand das beste trinket aber auch dann kommt auf maximale aufwertungsstufe dafür müsste das teil aber in der volt sein also in der volt sparte unten auf 626 wäre es mein zweitbestes trinket welches ich tragen könnte vor der kokon brut von arakara auf 639 vor schattensturm auf 639 und so weiter also das ding ist wirklich teilweise extremst stark und um das noch mal zu verdeutlichen habe ich meinen eigenen shark gerade mal gesimmt und da ich trage gerade dieses aberrant spellforge auf 619 und habe einfach nur mal mit einem 606 trinket gesimmt und hätte darüber allein schon ein plus von über 6 k dps also ich könnte es halt dann noch locker aufwerten also das teil ist extrem stark kein raid trinket kein sonst was wie gesagt im race to world first als die raider mitgekriegt hatten wie gut das ist sind sie dann während des raids das teil noch farben gegangen und losgezogen also sehr sehr starkes trinket wenn ihr es habt holt es euch wenn ihr gedacht habt es ist nicht so gut dann weil ich holt euch zurück oder wertet es auf es ist wirklich sehr sehr stark und ein kleiner tipp noch es wird ein so ein add beschworen welches zum gegner läuft und dann seinen schaden macht allerdings läuft es nicht so weit deswegen solltet ihr wenn ihr mit diesem trinket spielt möglichst nahe am gegnerischen mob dran stehen damit das add nicht vorher despawn bevor es in seinen dude rein ballert aber ja sehr starkes trinket holt es euch viel spaß damit und damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen